Er ist der Nutznießer spezieller Umstände. Falls ich es noch nicht gesagt habe, werde ich es noch einmal tun. Wenn wir nicht so viele Verletzte hätten, würden wir überhaupt nicht über Johan Gurkuf sprechen. Das ist Fakt. Wenn ich höre, ob er die Gruppe in Gefahr bringen könnte, muss man sagen, dass wir jetzt hier sind und dass wir es darauf ankommen lassen werden. Als ich hier angefangen habe, war Johan Teil dieser Gruppe und das ist er jetzt auch. Das Problem mit Mamadou Sako war, dass er seit einiger Zeit persönliche Probleme in seinem Verein hatte. Das brachte uns zum Nachdenken und wir haben schließlich beschlossen, dass es das Beste für ihn ist, nicht im vorläufigen Kader zu stehen. Dadurch, dass Younes sich am Wochenende verletzt hat, rückt Mapu Yanga Mbiva in die Mannschaft. Natürlich ist das gut für ihn, aber auch schlecht für Younes. Er hat in Tottenham eine super Saison gespielt, aber nun hat er sich schwer verletzt. So ist das nun mal im Profifußball. Das ist der Fall. Das ist das... Untertitelung. BR 2018